Hallihallo und willkommen zu einer neuen Film-Review. Heute mit The Addams Family. Ja, das startet jetzt am 24.10. Und ja, The Addams Family, ja, witzigerweise kannte ich die vorher nicht. Habe dann aber herausgefunden, dass es da einen scheinsten Film aus dem 90er gibt, von 1998. Und habe mir den auch vorab angeguckt, fand ihn okay, war halt so, ja, ein bisschen trashig, aber irgendwie unterhaltsam. Und es war nett für so einen, keine, Abend eben fertig. Und ja, bin jetzt einfach in den Animationsfilm reingegangen und, ja, es ist, ja, war unterhaltsam, sagen wir mal so. Kommen wir noch zur Story. Und hier, ja, geht es halt um, ja, die Addams Family ist ja ganz klar, die aber am Anfang noch gejagt wird und so weiter. Wir gehen hier wesentlich tiefer, wir sind noch bei der Hochzeit von den Eltern praktisch und wie sie halt gejagt werden und die Frau möchte dann halt einfach ein Ort finden, wo sie in Ruhe. Leben können und eine Familie aufbauen können. Die finden sie dann auch in einer Aeroanstalt. Und ja, kriegen ja Kinder und so weiter. Die Kinder versuchen sich dann auch umzubringen und so weiter, bis wir dann in die Gegenwart kommen praktisch. Ja, da haben bis dann, weil da kommt unten dann auch so eine neue Stadt, da gibt es dann auch so eine Maklerin oder halt so eine Geschäftsfrau, die in der Addams Family-Familie eher so einen Schandfleck sieht für ihr Verkauf und die eher loswerden möchte. Auch die Leute dann gegen die hetzen, wo man dann schon herausfiltern kann, was praktisch die Lehre durch dieser Film sein soll. Dazu gibt es bei Addams Family noch zu tun, dass der Sohn halt etwas auffüllen muss, eine Familientradition, das aber nicht so gut funktioniert und dann ja auch mehr oder weniger herauskristalliert wird, was das für eine Botschaft haben soll. Im Allgemeinen muss ich aber sagen, dass das mir doch ganz gut gefallen hat. Also er ist wesentlich besser, finde ich, als der Film von 1998, weil das hier größer ist, sagen wir mal so. Weil Addams Family aus 1998, das war so, wir haben jetzt einfach eine Familie, hier so einen kleinen Dings. Der eine verliebt sich irgendwie in das Hausmädchen und die betrügt ihn und fertig, das war es dann hier. Aber wirklich so von Anfang mit der Hochzeit bis dann halt die Gegenwart, finde ich ganz cool, dass es halt mehr ist. Man sieht hier auch mehr von der Familie generell und ja, sieht auch generell ein bisschen so, durch Animation kann man auch ein bisschen die seltsamer darstellen vielleicht. Man sieht ja auch an der Frau da so, dass die so total dörr ist und wie seltsam die Leute auch generell dann auch, sehen auch für die Ein- und Einheit und ja, man sollte sich trotzdem tolerieren und irgendwie hat der Film mich doch ganz gut unterhalten. Also ist natürlich jetzt kein Disney-Film, ist ganz klar, aber ich würde das so vergleichen mit sowas wie Dark Shadows und Hotel Transylvanien. Und ich glaube, wenn man sowas in dem Bereich mag, kann man hier auch unterhalten werden. Man muss jetzt auch nicht unbedingt reingehen, so nur mit dem Kind, es ist jetzt doch schon, ich finde, wird schon behaupten, dass es ein Niveau höher ist als sowas wie Angry Birds oder Sean das Schaflitz ist, als letztes so alles lief, jetzt wie schon gesagt, kein Disney-Niveau, aber doch so auch Hotel Transylvanien-Niveau, den man sich auch so alleine angucken kann und nicht unbedingt jetzt sagen muss, man geht da halt mit den Kindern rein. Kann man natürlich auch machen, aber er ist auch so doch ganz ordentlich geworden. Hat mich unterhalten, war ein netter, abendfüllender Film eben und kriegt deswegen auch von mir eine 7,5 von 10. Ja, finde ich ganz angemessen, ist nicht mega geil, aber auch nicht unbedingt schlecht. Unterhaltsam ist dieser Film. Und ja, das ist das, was ich eigentlich zu der Adams Family sagen wollte. Wer diesen Film dann aber schon gesehen haben solltet, dann schreibt mir in den Kommentar, was ihr denn davon haltet. Fanden die den Animationsfilm besser als das aus den 90ern? Oder fanden die das aus den 90ern besser, ob ihr mögtet überhaupt dann, dass es Animation ist oder fändet ihr das einfach besser, wenn es real ist? Ich glaube, die ist auch so eine Serie eigentlich auch dazu, die auch mit Schauspielern ist. Und ja, aber mir hat doch diese Animationsversion bis jetzt doch am meisten gefallen. Und ja, das soll es dann soweit von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.